ARD Text im Auftrag von Funk Da geht ein Mensch, wenn ich jetzt nicht so abgezweigt, werde ich den überfahren. Die eine ist erst so kurzfristig rüber. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Äh, indem du in meinen Bus eingestiegen bist? Der Aktenkoffer für die 5 Cent müssen vergessen. Nein, der Aktenkoffer. Gute Runden, ich war so schlecht wie noch nie, aber neuer Killer heute gar nicht. Ist der Killer, wenn du ihn, also wenn du gegen ihn spielst, ist der sehr schlimm? Habe ich von auch schon gesehen. Die Rohre sind kaputt. Ich war Daisy, sorry, kann leider nur Liebe geben. Aber Liebe ist auch gut, hä? Liebe geben ist immer gut. Aber Daisy ist auch nice, aber ich, also alleine. Ich habe es auf der Konsole, ich glaube auf dem PC habe ich es auch, aber ja, alleine eher so, meh. Ist die Dunkelheit schlimm? Oh Gott. Oh Gott. Was? Dunkelheit, was? Wie gesagt, ich habe von dem neuen nichts gesehen. Ich mache irgendwie einen Trailer oder so. Es kommt drauf an, auf welcher Map, auf den meisten geht er, aber die Dunkelheit verstanden. Ich glaube, ich werde es nicht mehr spielen. Du hast Erdöl gekundet. Gekunden? Na ja. Gekunden, Alter, was ist denn los mit ihm? Dein Stream hängt bei mir, by the way. Echt? Ja. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Ach ja. Wir haben ja echt mal gerockt. Warum auch nicht? Wäre ja auch zu schön. Ledo. Ledo. Ja, wir machen uns entspannt. Nein. Oh Gott. Wie man sieht. Ich weiß nicht, ich denke die ganze Zeit so, ja, ne, warum bremst der Busse? Ich drücke die ganze Zeit auf die Bremse. Ne, ich bin halt aufs Gras gedrückt. Ja gut, ne? Also Angel meinte, bei ihm laufen beide Streams. Ja. Okay. Wir sind ca. 180. Danke für dein Follow. Willkommen im Bambuswald. Bambus. Will den Panda. Ja, da ist die Spezialfähigkeit, dass er für eine Minute alles... Was? Dass für eine Minute alles dunkel wird und er dann kein Terrorradius hat? Ich spinne wieder die BD. Gut. Gerade auch erledigt. Aber ich glaube, wenn du weißt, wie du gegen ihn spielen musst, ich glaube, dann geht das sogar. Aber ich glaube... Und dann will Masuna mit uns spielen? Mhm. Der kennt das alles schon, ne? Das weißt du? Ja. Natürlich. Gut. Ich möchte nur mit Leuten gespielt, die das noch nicht gespielt haben. Also, geht weiter. Ja, Angel ist bestimmt auch noch da. Der hat das ja auch noch nicht gespielt, bestimmt das neue DLC, wenn er mitspielen möchte. Dann wäre ja Hybrid noch, aber der hat ja nie Zeit für uns. Okay. Ich muss leider sagen, dass ich die BD bisher kaum gespielt habe. Ja, es kam halt wie gesagt ein neuer Killer und ein neuer Überlebender und die habe ich halt auch noch nicht gespielt. Mein Mann endlich überredet Winter der Leid. Aber ich weiß, dass du mit dir noch nicht so viel gespielt hast. Du bist ja ein größerer Freund als ich. 1,2 Kilometer von dir entfernt. Nur noch 1,1. Das tun wir noch halt. Komm dir ja immer näher. Aber du steigst ja eh nie aus. Ey, WE ist halt meistens schlecht, sauch. Ja, ja, ist gut. Man darf sich nur nicht in Schränken verstecken. Also für Schrankschleicherin Ronja kein guter Killer. Ja gut, ich verstecke mich fast nie im Schrank. Das letzte Mal, wo ich gespielt hatte, war, wo wir zusammengespielt hatten. Ja, bei mir tatsächlich ähnlich. Ich weiß gar nicht. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, war im Stream. Okay, das war doch ähnlich, aber im Stream. Und ich glaube danach auch gar nicht mehr. So privat spielte ich es doch mit einer Freundin, die es gespielt hat. Aber so privat an sich spielte ich es eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich es wirklich spiele, dann im Stream. Und dein Stream lädt bei mir im Übrigen immer an. Ja. Ja. Wie immer. Ja, Ryan, du bist ja auch Neuling. Ganz genau. Ich bin Neuling bei 1000 Stunden oder so. Und er lädt halt einfach schon wieder. Ja, gut. War meint. Oh, jetzt geht's. Na, wenigstens. Deiner läuft bei mir flüssig. Ich bin kompletter Neuling. Das ist richtig. Genau wie ein Bus-Demoderator. Da bin ich auch kompletter Neuling. Was? Huch. Bitte, Sophie, danke für dein Follow. Wee. Komm, wir wollen das rein. Ich weiß nicht. Hast du das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Wir haben ja echt mal gerockt. No. Ja, hast du schon das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Nee, du? Was ist schon da? Nee, müssen wir mal hin. Zwei hingehen. Ja, ist so. Mit den ganzen Omis. Und Opis. Danke. Und Mautzi-Nipaba. Was Kuschel wieder am Klären? Was? Was? Äh, habe ich irgendwas verpasst? Danke. Ähm. Hi-me-buy-me-stuff mache ich. Ich liebe so sehr. Ich weiß. Ja, damit kann man mich immer sehr glücklich machen. Mit dem Sound. Ich weiß. Ich liebe Dr. Hu. Ich liebe Dr. Hu auch. Ich habe sogar einen. Ich habe sogar einen. Warum habe ich nur Rute am Pillen? Weiß ich nicht. Das ist ein männlicher LKW. Das ist auch ein männlicher LKW. Dr. Hu ist halt auch einfach Liebe. Das ist ein männlicher LKW. Entweder man mag es oder man hasst es. So. Oder beziehungsweise man liebt es. Ich habe doch gebremst. Komm mal. Na geil. Aber zu mir sagen. Aber zu mir sagen. Ist der zweite übrigens. Ja, ich habe gebremst. Ja, das habe ich vorhin auch. Ich habe vorhin auch gebremst. Ich habe gebremst. Ja, ja. Ich habe vorhin auch gebremst. Ich meine ja nur. Tatsächlich. Dafür fahre ich eigentlich nie einen Fußgänger. Aber heute ist irgendwie der Film drin. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube heute ist nicht so dein Tag. Was die Fußgänger angeht. Ich weiß zwar nicht. Ich weiß nicht. Aber heute ist nicht mein Tag. Ich meine überleg mal. Das Spiel läuft teilweise nur mit 20 FPS. Keiner weiß auch. Campakt ab. Dann nehme ich die ganze Zeit irgendwelche Fußgänger mit. Also heute sowieso. Alles sagt so nein. Einfach nein. Oh Gott. Hilfe. Nein, der Akku ist schon wieder leer. No. Muss ich jetzt abbiegen? Ja, ne? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich biege einfach mal ab. Ich habe keine Ahnung, ob ich abbiegen muss. Ich glaube ja. Ja, ich glaube auch. Schön, der Würm. Was? 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 Hybrid, was? Muss ich ihn verstehen? Ja, ich fahre ja überall gegen, weil ich den Chat lese. Mir ist sehr leicht. Eine Fahrgarte, bitte. Das wird eine schlechte Fahrt. Ich würde jetzt sagen, dann weißt du mal, wie es mir geht. Aber ich fahre allgemein scheiße, also. Danke. Wait a minute. Hä? Der Bot ist ja auch süß. Ja, es ist... Ja, es ist... Ja, es ist... Ja, es ist... Es ist schön, dass dein Name jetzt nur eine Hautfarbe ist. Finde ich schön. Finde ich schön, wirklich. Also... Na gut. Äh... Ich habe Fragen, aber okay. Das Game ist auch lustig. Das Game ist auch eigentlich echt lustig. Aber... Nicht, wenn du alleine spielst. Wenn du alleine spielst, dann brauchst du keine Scheiße. Ich meine, gut, ich fahre eigentlich auch ordentlich. Es sei ein Mann, es ist ich. Ja, genau. Ja, genau. Also... Das einzige Lustige daran ist, wenn ich mit Eidaria zusammenspiele. in der Reihe ziehe einfach die ganze Zeit irgendwelche Scheiße bei uns. Du lässt ja mal den Bus mal stehen und dann läuft durch eine halbe Stunde wieder her. Oder macht einfach mal so Bustouren durch, äh, durch die Malerei. Oder... Und ich mach... Und ich mach... Und das Witzige ist, ich mach's noch nicht mal absichtlich. Ja. Also außer aus dem Bus aufsteigen. Das natürlich schon, aber... Was dann auch so gerne im Multiplayer passiert ist, dass dein... Dein Bus einfach anfängt zu twerken. Oder dass dein Bus einfach in die Luft fliegt. Das passiert nur dir. Das passiert fast auch nur dir. Ja, ist so. Ja, ist so. Und dabei bräuchst du auch irgendwelche Menschen um. Wenn dein Bus... Dein Gelenkbus am twerken ist. Simulator Speedrun. Was? Ich glaub hier kannst du gar keinen Speedrun machen. Toll, Pushy. Jetzt machst du die... Jetzt machst du die Frauen unglücklich. Was ist hier los? Das geht doch nicht. Kannst doch nicht machen. Du musst doch für alle da sein, nachts. Das klingt so weit auch mal. Ähm... Ich muss grad sagen. Das klingt der Pass... Aber okay. Ja, er versteht das schon. Ja. Ja. Ich mach ja nur. Ich setze die Eiskalt auf den Müll. Ja, wenn sie mal auf dem Becher sitzen müssen. Ja, vielleicht läuft noch ein bisschen was raus. Keine Ahnung. Ist dann ein bisschen wärmer, wenn es warmer Kaffee war. Ja, ein bisschen warm im Schritt. Hilfe. 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 Du wirst die Vorlage geben. Ja, ich weiß. Oh. Ich kann ja nichts für bei der Vorlage. Das muss so sein. Ich weiß. Ich hab auch schon so blickt. Ach, alles gut ausgedacht. Ach so. Ach, alles gut ausgedacht. Hm. Ach ja. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Äääh. Ist bald der 19. Was? Ist bald der 19.? Ich möchte den 19. jetzt forthaben. Nee. Noch nicht. Er ist nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag? Also, diesen Sonntag jetzt. Da kommt doch kein Spiel am Sonntag raus. Naja, doch der 20. 6. ist ein Montag. Das weiß ich daher, weil da Fotos und ich unseren Jahrestag haben. Ja. Deswegen ist der 19. ein Sonntag. Weißt du nicht, welche Woche? Ja, jetzt. Ja. Ja, diese Woche Sonntag. Wait a minute. Ja, doch. Wait a minute. Nächste Woche. Lass mich ausreden. Was? Eine Frage. Aber da kommt... Ja, aber da kommt doch Stray nicht am 19. raus. Obwohl. 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 Bei uns kommt es um 12. raus. Das heißt, das könnte irgendwo anders schon der nächste Tag sein. Ja. Oder? Ja. Oder? Ich meine. Hast du das von der Rechnung her? Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß. Ich muss noch mal gucken. Aber ich will jetzt unbedingt spielen. Ich will jetzt unbedingt spielen. Ich weiß. Ich weiß nur, dass nächsten Montag der 20. ist. Da haben Fotos und ich den Jahrestag. Aber dann haben wir ein Problem, wenn das Spiel rauskommt. Wieso? Weil du mein Mod bist. Ja. 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 Ja ist die Woche, ja. Äh. Haben wir ein dezentes Problem. Alles gut. Muss ich unbedingt da sein. Alles gut. Na doch, ich hatte auf jeden Fall... So geil ist bei mir meistens eh nicht los. Na, ich hatte auf jeden Fall auf der Seite offen. Das auf jeden Fall. Nein. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Nein, nein. Nein. Das mach ich aber auch immer, wenn du streamst. Und wir mal zusammen streamen. Ja gut, ich bin ja eh meistens bei dir da, aber ja. Oh nein. Ich hab Stefan schon... Laut Steam steht der 19.06. und der ist jetzt kommenden Sonntag, ja. Ja, das war 19.06. und der ist kommenden Sonntag. Steht bei Steam auch ne Uhrzeit? Wie ich Steam kenne? Wahrscheinlich nicht. Also bei PlayStation steht 10 Uhr irgendwas. Ich hab gegoogelt, also laut Google ist das bei uns 12 Uhr. Auf dem Sonntag ist aber schon... Nein, nur der 19.06. Ja. Also typisch über Steam. Steam vor allem. Bei PlayStation steht so was normalerweise auch nicht drin, ne? Also es hat mich auch sehr gewohnt. Also ganz, ganz selten, weil das bei Steam drinsteht, aber das ist halt... Ja. Ja, ich wette. Uuuuiiii. Ne, aber unbedingt wieder gespielt. Das war ne geile Drehung. Das war vor allem auch die falsche Spur, wo du warst. Das ist ja egal. Es war ne elegante Drehung. Okay. Na gut. Hauptsache ich bin ohne Unfall durchgekommen. Na gut, ich verzeihe dir. Ich hab doch mal nicht getan. Ich hab dafür gesorgt, dass wir kein Geld verlieren. Das ist nett, danke. Einmal. Dafür hab ich ja schon 20.000 rausgehauen. Ja, stimmt. 7.000 bringe ich auf jeden Fall mit rein. Sofern ich jetzt Elo etwas mache. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich grad im Plus bin. Also ich hab auf jeden Fall da 20.000, da dann nochmal 6.000 gehabt vorhin. Kann ja mal papieren, ne? Papieren? Papieren. Ledo. Ledo. Oh, ich glaub ich war ein bisschen... Die Wiederholung von Staffel 15. Die Wiederholung von Staffel 15. Ja, genau. Ach, schön. Was? Was? Ich hab ihn. Was? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wie? Wie? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen? Ja. Schön. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Busfahrer, Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Busfahrer, Busfahrer. Danke. Schlaf gut. Danke für den Forderungen. Good night. Good night. Auf mich war das eigentlich nur Salem. Oh, das ist auch süß. Ja. Dem hab ich vorhin erstmal die Schlafzimmertür aufgemacht, damit er da rein kann. Er saß doch schon für dich Debrie vor der Tür und hat nur gejammert. Hast du ihn etwa ausgesperrt aus seinem Bett? Ja. Ja. Aus seinem Bett? Ja. Das ist nicht mehr deins. Nee, das ist schon lange nie meins. Das ist, glaub ich, auch nie meins gewesen. Nee. Sobald er da war, war es sein Bett. Ja. Sein Bett, sein Reich. So sind Katzen. Sie nehmen alles ein. Wobei er nicht der Rudelführer ist. Das ist Leo. What the fuck? Ich dachte, ich krieg Schaden. Schaden. Schaden? Ja, ich dachte, da kommt jetzt wieder. Schlafzimmertür. Schlafzimmertür. Aber nee. Hab ich noch geschafft. Ausdruck. Ups, sogar da. Junger Gott. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ich kann bei Fläche nicht finden. Ja, dann mach die Augen auf. Was? Hier hat gerade einer gesagt, er kann seinen Schlüssel nicht finden. Deswegen hab ich gesagt, ja, dann mach die Augen auf. Das war der Spruch von unserem Mathelehrer. Wenn er vor der Tafel stand und gesagt hat, ja, wir sollen das abschreiben, die aber nicht weiter abschreiben konnten, weil er ja logischerweise davor stand, die dann gesagt haben, ja, können Sie bitte zur Seite gehen, weil wir sehen nichts, was Sie da schreiben, hieß es von ihm halt nur so, ja, dann müssen Sie die Augen aufmachen. Äh. Ja. Manchmal frage ich mich, wo die alle ihre, äh, ne? Also es war, also an sich war es echt ein cooler Lehrer, an sich war es echt ein richtig cooler Lehrer, aber so dieser Spruchsteller da ja auch so, äh, Alter. Wissen und Augensagen sind ja immer so, es tut weh. Ja, vor allem, ja, wir, ja, Augen sind offen, aber wie soll man schreiben, wenn sie davor stehen? Logik Null. Dann hieß es ja, aber zack, zack, ne, nur noch zwei Minuten abschreiben. Äh. Ja. Aber sie standen die ganze Zeit davor, wie soll man das machen? Ja, dann muss man den Nachbarn fragen. Ja, wenn ich den 30 Nachbarn fragen muss, was da auf der Tafel steht. Ja, vor allem, wenn du dann fragst, heißt es so, still sein. So. Mhm. Und wenn du dann halt wirklich so fragst, dann wird sich gleich umgedreht, ja, ihr seid ruhig sein, ihr solltet's abschreiben. Mhm. Lehrer sind schon, ne, ne Sache für sich. Pfeifeln. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, warum ist denn nur ne Fahrkarte? Oh Gott. So diese Uhrzeit. Wissen sie nicht, wie spät ist das junge Dame? Ach ne, sie sind alt. Entschuldigung. Oh, die hat die Arme. Was denn? Die Arme. Hat Beine. Naja, aber du hast gesagt, wissen sie, wie spät ist es und sie ist alt. Verstehst du die Beziehung? Ja doch, über sie. Du lachst aber nicht genug. Lach mehr. Ja. Sag mal. Mir tut's schon am Weg umlachen. Ach Gott. Echt? Was denn so? Oh, vor allem das Fleischfell. Und die Bauchmuskeln. Und der Bauch allgemein. Was? Muskeln? Was? Ne, das komische Gebrandel, was ich da hab. Katzen am Muskeln? Ja. Guck dir Gizmo an. Gizmo hat sogar recht viele Muskeln für den Kater. Oh, viel Spaß. Danke, dass du mit rüber gemeldet bist. Genau. Ich hing hier fest. Warte, was? Ach, nichts. Gitt auch. Nicht alles. Da macht jemand die Damen verrückt. Mann, Mann, Mann. Ich hab ja jetzt alles gefahren, ne? Äh, weiß ich nicht. Nur noch. Ich bin grad den Hauchelefant gefahren. Hauchelefant, ey. Hauchelefant, ey. Hauchelefant, ey. Ah, schön. Erstmal schleimen. Schön. Schön, schön. Extraschuss. Ich hab's. Toll. Einmal auf meine Taste gedrückt, darf ich wieder warten. Ist ja extra nett. Ich bin immer lieb. Jaaaa. Jaaaa. Weiß. Aber heute nochmal mit so'n Extraschuss. Ah, schön. Extraschuss, liebe. Oh. Ah. Hihi-hihihi. Hihi-hihi. Hihi-hihihi. Hihihi, du bist frech. Hihi-hihihi. 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 Na, warte mal kaum das Wochenende. Hihi-hihihi. 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 nicht vor dem bus rennt bei dem bus rennt vor dem bus ich kann das wochenende kaum erwarten ich jeden montag stehe ich gar nicht ich fahre jetzt noch mal rölfchen das wölfchen weil ich alles durch habe ja aber ich bin auch gleich durch ja das kann ich ja nicht wissen ja warum fragst du denn nicht ich dachte du brauchst so ein bisschen zu weit hat doch kein euro ticket Was? 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 Was ist noch nicht lang? Was? Da kriegst du ja nicht so lang. Ja, das stimmt. Aber wir werden auch schon mittlerweile freiwillig das in eure Ticket haben. Also... Hä? Du hörst ja sonst was für Zustände momentan. Eine Fahrkarte bitte. Wiedersehen. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Fahrkartendealer. Ja, klar. Mit dem neun Euro Ticket ab, machst du bitte? Ja, ich glaube aber irgendwie aktuell ist nicht so geilo meine, glaube ich. Nicht? Ja... Hä? Kriegt... Kriegt momentan irgendwie nur Negatives davon mit. So... Ja, ey, das träumst. So... Überfüllt. Busse überfüllt. Unsere Busse sind leer, also bei uns könnt ihr mitfahren. Wenn ihr euch reintraut. Ja, bei dir ja. Das ist halt dann... Was? Bei dir trauen sie sich. Da wär ich mir nicht so sicher. Ja, stimmt. Du hast ja auch schon ein paar Leute auf dem Gewissen. Ähm... Ähm... Hm? Was tut der da? Der jetzt... Er... Er geht so ab zu klassischer Musik. Tatsächlich. Ja, gut. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Okay, bei Ryan lieber im Bus als vor dem Bus. Hey! War eigentlich gar nicht so schlecht. Er fühlt die Musik jetzt nicht so, ne? Also das Spiel ist schon sehr lustig. Also es gibt schon ein paar Sätze, da denkt man sich so... Anananas! Ja, sowas zum Beispiel. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Anananas! Ich wusste gar nicht, dass man zu klassischer Musik headbangen kann, ja. Kannst mal sehen. 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 Ja, oder die mit ihrem Winter der Leidenschaft, Staffel 15 und... Und Bild von Mautzi. Ja, Mautzi siehst du ja auch sehr oft. Und die Party im alten Wegewerk. Was ist denn mit ihm los? Er rennt den! Mautzi fährt zu meiner Daria. Haha! Steu ihr doch doch genau drauf zu! Ich fährt zu meiner Daria! Steuern auch noch auf den Haut auf zu! Ich hab ihn nicht gesehen! Ich hab nicht geguckt, warum die da stehen! Haha! Also jetzt hast du übrigens mehr Leute mitgenommen als ich, ne? Heute. Ja, genau! Da ist der Punkt heute! Na gut, insgesamt hab ich aber auch noch nicht so viele mitgenommen. Ich erinnere an Iron, ne? Mit den Rollstuhlfahrern übrigens. Das war viel schlimmer. So, das hab ich noch nicht gebracht mit dem Rollstuhlfahrern! Oh ja! Bremse! Nein! Ich mach meine Bremse jetzt besser, so. Auf dem Sack! Jaaa! Ist die auf den Sack? Was? 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 Ja, ich frag für den Rollen. Ja, das hab ich grad verstanden! Was? Das hab ich grad verstanden! Was? Das hab ich grad verstanden! Was? Ist der weg! Der klebt jetzt in der Windschusscheibe! Du kannst nachher die Überreste abkratzen! Nee, die sind schon weg! Einmal Motorhauber auf! Da liegen ländige Beine drin! Vielleicht? Vielleicht! Aber auch nur vielleicht! Ich muss noch gucken, wo ich die anderen zwei Dinger finde! Die man finden kann! Ihr habt doch vier, ne? Äh, ich glaub's waren vier, ja! Zwei hab ich schon! Ich weiß! Zwei fehlen noch! Aber wo könnten die sein? Sag ich dir nicht! Weißt du's? Ja! Scheiße! Ich hab das Spiel auf Platinum auf Playstation, also gar nicht! Ich weiß nicht was! Merkt man sich doch nicht! Oh! Oh, diesmal waren es 6000 für den Bordstein! Ja gut! Ist mir vorhin aber auch passiert! Ja, ich find's halt einfach... Peineweise, du kannst hier sonst jeden Bordstein mitnehmen ohne Strafe! Dann kriegst du einfach mal 6000 abgezogen! Da musst du wirklich mal nachschauen, dass der nicht noch im Kühler hängt! Wenn der Motor überhitzt und kaputt geht, äh, wird's teuer und der Bus muss ne Weile repariert werden! Äh, ich glaube... Angel, so realistisch ist sie nicht! Nicht! Ist aber nur so ne Vermutung! Ich bin mir nicht sicher! Nicht! Unterhalt! Steineck! Wend! Genau pünktlich! Ich weiß, dass ich pünktlich bin! Danke! Kannst du deine Fahrkarte haben? Kannst du mir nicht sagen! Oh! Das hat sie gemeint! Hä? Klauberti! Danke! Eine Fahrkarte! Das heißt, ich kann mich nicht nass machen! Okay! Mit Wasser! Mann, nee! Das ist für dir! Ja, natürlich! Mit Wasser! Nächster Halt! Steineck! Bierchen! Mh! 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 Ja, ist okay! Ja, ich sag da nichts zu! Behalte meine Gedanken für mich! Mh! 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 Ich will doch mal so eine … Siegweiden, Lido! Da muss es doch bestimmt auch irgendwo etwas geben! Was? Ja, eines von diesen komischen Emblem-Dingern! Ach so, die suchst du jetzt ernsthaft? Ja, ich würde ... egal wo sie sein könnten ... Auf den Map am besten. Eine Fahrkarte bitte! Nee, echt? Ja! Findest du nicht? Ja. Oder glaubst du nicht? Ich brauche eine Fahrkarte. Na doch. Na doch. Ich dachte, diese Lags haben die FPS einfach auf 15 runterdroppt, ne? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Das geht's. Ich glaube, das nächste Mal sollte ich mich ein bisschen besser vorbereiten auf den Stream und nicht irgendwie so 10 Minuten vorher. Ja. Ist doch noch nicht, wenn ich deinen Stock verursache, oder? Äh, weiß nicht. Ist doch nicht lang. Glaub ich. Fahr doch einfach lang, ne? Nee, dann mach ich den Bus kaputt. Ach, schade mal, kommt die nicht ganz hoch. Ich sag jetzt... Sag jetzt... Ne? Gibt's denn noch irgendwelche so XXL-Ziele? Vor allem, weißt du, ich mach den Bus kaputt. Ist ja nicht so, als hätte ich das vorhin auch nicht gestört und dazu noch reingeballert bis ins Bündnisfeld. Ja, aber da waren ordentliche, ausgetretene Wege. Genau, pass auf, dass du nicht wieder den Bus verlierst. Ja, das war ja, ne? Und so. Der Bus ist halt weitergefahren. Der ist gar nicht weitergefahren. Doch! Doch! Nein! Nein! Du bist gut! Du bist gut! Aus! Was willst du denn jetzt von mir? Ich bin keine Hunde! Du bist ein Panda! Also, aus! Ich ruck das Bambus aus! Hoffentlich holt sie mich! Ich hol gleich das Wasser und spritz dich damit nass! Oh, geil! Katze mögen das nicht! Ich bin aber eine Wasserwiebelkatze! Ja! Dann hol ich das Feuer! Ja! Das ist der Blick. Was ist damit? Der war gut. Echt? Der war gut hier. Gut. Schön. Voll. Danke. Ja, ich hol doch nur Feuer, damit wir dann uns ein Lagerfeuer machen können. Dann komm ich hin. Ja, 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 ja. Mit euch kann's Lagerfeuer singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-B-A-L-G-U. Hier wird niemand verbrannt oder angespritzt. G-R-L-I-E-P-Lied. Komm schon. Schön anspritzen. Mit Wasser. Das kannst du mir gar nicht haben. Ich hab... Ich finde das glücklich verheiratete Paar. Also wenn das das glückliche verheiratete Paar ist, dann Prost Mahlzeit. Ach ja, das ist doch die Olle vom Anfang. Welche Olle vom Anfang? Na, die ganz am Anfang, die da mit dem Bus saß. Ich erfreue die im Bus saß. Ganz, ganz, ganz am Anfang, als wir das Spiel angefangen haben. Da saß da so eine Olle im Bus. Ich erkläre dir das jetzt mal alles. Ich steig auch nicht aus, ich hab ne, 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 ne Tour für uns geplant. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Fang das Spiel neu an und guck sie dir an. Das ist die. Ich hab das immer übersprungen. Nee, wir haben das einmal zusammengespielt. Habt du so übersprungen? Wir haben das bei dem anderen zusammengespielt. Nee, da bist du spazieren gegangen. Ja, ich wollte nach Scheinertown. Ich will auch so viel. Roast Beef, ein Hühnchen, eine Pizza zum Beispiel. Keiner, wirklich keiner. Was mach ich? Ich komme nie rüber. Ich komme doch nie rüber. Oh je, jetzt gehen beide Pilze suchen. Ja, klar. Nee, ich geh jetzt hier. Kann man der Bahnschiene folgen? Das ist jetzt der Walking Simulator. Oh, okay. Oh, guck mal hier, deine Freundin. Guck mal, Zwillinge. Oh, geil. Ich war schon immer mit Zwillingen. Hey, guck mal, wie groß die sind. Die schweben, guck mal, die schweben. Oh mein Gott. Hier, guck. Die schweben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist für mich doch nichts. Äh, der Zug ist ja langweilig. Der fährt ja einfach durch dich durch, das ist langweilig. Geil. Es hat so schön gekrümmelt in meine Bauchnabel. Ähm. Manchmal hab ich Fragen, oder sogar zwei. Ich hol jetzt meinen Bus. Dann fahren wir los. Schade, ich dachte echt, wenn wir irgendwo nochmal so'n... So'n Ding. So'n Ding. Schade. Den ganzen Hülk umsonst gelaufen. Ah, die ganzen Kalorien umsonst zerbrannt. Alles locker flockig aus der Hüfte, hier war ich bei dir. Äh. Alles rausgepupst. Äh. Oh no, ich bin ausgestiegen. Ich kann nicht mehr einsteigen. Jetzt muss ich doch laufen. Ich kann nur noch die Fahrt beenden. Ich find's doch schön und oh, 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 äh, kehre zur Garage zurück. Ja, wie soll ich das denn machen, wenn ich nicht mehr einsteigen kann? Das sagt mir niemand. Einfach auf Ende drücken. Naja, nee. Ach, Alter. Verstehst du das? Da steht, kehre zur Garage zurück, oder drücke End, um die Fahrt sofort zu... Ja. Drücke mal End. Oder. Ja. Aber warum... Schwer, wenn's doch einfach geht. Hä? Wie gibt's denn von der alten... Viel. Davor steht beim Bus. Mal sehen, wie viel Verspätung ich gleich hab. Eat an apple a day. Okay. Dein Bus ist traurig, weil du ihn nicht mit auf die Filzsuche genommen hast. Na gut. Dann ist er jetzt traurig. Das ist okay. Taub nicht um. Fahrt mich um. Oh, schade. Kein Stau hinter mir. Ach doch, da ist ein Auto. Ist der aber auch nicht überholt. Ich glaube, die überholen dich teilweise. Ja, aber der halt irgendwie nicht. Ach, vielleicht ist er nicht so das Smarteste. Ja, das kann sein. Rechter Halt. Gutshof. Reichjäger. Schön. Schönes Waiting. Was machst du da eigentlich? Jogging. Jogging. So walking simulator. Ja, walking simulator. Ob man Hals langsam schlapp macht. Markus762, danke für dein Follow. Willkommen im Bambuswald. Oh nein. Oh Gott. Hu, 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 hu. Bambuswald. Einfach zu weit gefahren. Oh, ich lebe mich auf die Auge. Wo ist meine Tasche? Hi, Laura. Aber wenn du mal überlegst, wie viel hier einfach so ringsrum noch ist, wo du eigentlich gar nicht hinkommst, ne? Im ganzen Spiel eigentlich nicht. Ja, stimmt. Und das hat einfach nur für irgendwelche Sachen zu verstecken. So. Danke. Ne, für Menschen wie mich, die halt gern, ne? Wahllust durch die Gegend drin. Danke. Ja gut, das... Ne, das ist kein Argument. Doch? Ne. Doch. Nächster Halt. Schneidegg. Kirche. So, dann wende ich immer wieder auf der Kreuzung. Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Oh, und diesmal sogar ohne Unfall. Oh. Ich hab Freunde gefunden. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Be you. Be me. Be me together. Was? Oh, okay. Be you. Wo bin ich hier? Ich will mich verlaufen. Mama. Be you me together. Ich war nicht da so. Ich war nicht da so. und schlaf gut. Schlaf. Erhol dich gut. Und bis zum Niest. Ja, danke. Schön. Eine Fahrkarte, bitte. Ach, warum? Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ach, schön. Schön. Es ist es 3 Uhr früh und wir sitzen hier einfach im Simulator. Ja, wobei ich tatsächlich bald Richtung Bett gehe. Ach, du auch, ja? Ja. Ja, ich auch. Ja, eher weil ich keinen Bock auf den Router-Neustart habe. Okay. Steh schon. Was denn? Weil du müde bist oder so? Nö. Wenn es Steineck geht, könnte ich sogar noch weitermachen. Alter, was ist mit dir? Was denn? Was hast du denn? Ja, nichts, was hilft. Ich weiß nicht, es gibt halt Menschen, mit denen kann ich halt die ganze Nachtdut machen. Selbstmethaltschmerzen. Oh Mann, ich lese so den Tieren. Warte mal, ich habe hier sogar noch, warte, habe ich hier nicht sogar noch Hustensaft? Guck mal. Kipp hinter. Es steht ja schon seit zwei Jahren, aber kipp hinter. Nee, seit Corona-Arte. Nein, sowas hattest du, das hast du ja nicht erwähnt. Ja, das ist, ich habe schon, oder hatte. Wort mit C. Ich werde doch gar nicht gewöhnt. Wo stehst du denn da schon wieder? Ja, ich such gerade meinen Hustensaft, weil ich nicht mehr weiß, wo ich den hinsteckte. Ja, aber stell dich doch an die Seite. Wieso? Noch einen Tag, dann habe ich endlich... Äh, wie sieht das bei den Charakteren aus, wenn die laufen? Weißt du, weißt du, wo der Hustensaft stand? Genau, neben dir. Ja. Äh. Äh, wie sieht das bei den Charakteren aus, wenn die laufen, als hätten keine Schultern oder so, keine, keine... Äh, äh. Äh. Weißt du, was ich meine? Ich habe einen ganz bescheidigen Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Du weißt schon. Ja. Hallo. Keine Kuss. Hallo. Hallo. Yay, Hustensaft. Da komme ich aber auch erst jetzt drauf. Ich komme später. Ja gut, aber besser später als nie, ne? Weißt du, ich so, ich quäle mich hier die ganze Zeit, ne, mit Halsschmerzen und Husten und so. Hi. Einfach hi. Steineck. Steineck. Was, was könnte ich echt öfters machen? Was denn? Mit dir, bis spät in die Nacht zucken. Gehen Sie weg. Die Tür geht nicht zu. Hä, hauen wir doch. Schon öfter. Ja, aber jetzt schon länger nicht mehr. Also so richtig. Ja, das stimmt. Ja, gut, aber... Was wir mal machen müssen, ist unsere Watch-Party. Also unsere private. Den Fahrgarten, bitte. Oh ja. Oh ja. Rein theoretisch. Ich schicke mir jetzt aber auch mal auf die Seite. Wünsche euch einen noch einen Angeblieben. Danke, Kuschi und danke für dein Raid. Danke schön. Schlaf gut. Und träum was Schönes. Und hör auf, die ganzen Frauen verrückt zu machen. Rein theoretisch könnte ich dich sogar über die Konsole einladen. Ja. Was? Hm. Ich kann an der Konsole auch eine Watch-Party starten. Das ist Wahnsinn. Mhm. Mhm. Bloß bei Amazon Prime weiß ich, wie es geht. Bei Disney Plus wusste ich es jetzt tatsächlich nicht. Bei Disney Plus geht es doch. Ich habe die Konsole noch gar nicht. Ja, okay. Das würde es erklären, warum ich es noch nicht gefunden habe. Also gut, ich habe jetzt auch noch nicht so aktiv nachgesucht, aber bei Amazon weiß ich es halt. Das ist mir direkt ins Gesicht gesprungen. Also noch deutlicher konnte Amazon mir das nicht zeigen. Ja gut. So, hier, Watch-Party starten. Großer gelber Button. Ja gut. Mach ich dich, du machst mich eher verrückt. No. Macht euch einfach alle gegenseitig verrückt. Verrückt machen ist gut. Wenn es im positiven Sinne ist. Das stimmt. Mach dich ja auch verrückt im positiven Sinne. Hm. Du machst mich irre. Aha. Wie ist das? Irre. Rrrr. Rrrr. Wie Rhein-Schickler. Und wieder 6000. Es ist müde. Kann ja mal drauf gehen. Es ist müde, genau. Daran merken wir, du solltest lange nicht schlafen. Nee, das liegt am Hustensaft. Nee, das glaube ich nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich wollte nicht mehr bremsen. Also ich konnte... Ich glaube, das ist so schlecht, das läuft das Spiel, ne? Ja. Es ist halt echt unnormal. Warum bremsen Sie nicht einfach etwas vor Ihnen ist? Ich will nicht bremsen, Madame. Ich frag grad, vor mich nicht bremsen, wenn etwas vor mir ist. Ja, weil ich nicht will. Das versteht die Ärzte daran nicht. Ja, logisch. Das weiß ich nicht. Das ist doch logisch vor mich, Nidl. Das ist doch logisch vor mich, Nidl. Oh! Eine Errungenschaft! Kollektor D2! Oh! Du wirst es nie finden. Ich dir nicht zeige, wie du da hinkommst. Und das ist auf jeden Fall, dass irgendwo etwas falsch ist. Oh! Da ist eine Wand. Vorher, wenn du jetzt die ganze Zeit in den Stream guckst. Nö. Ich werd's irgendwann finden. Ich sehe das doch. Irgendwann werd ich's finden. Ich hab die anderen zwei ja auch gefunden. Plus eine übergroße Ziege. Vor allem selbst, weißt du, wenn ich so laufe, hab ich 50 FPS. 50. Äh, okay. Ah. Versteh ich zwar nicht, aber okay. Warum nicht? Pflasterweg. Ja. Er steigt aus. Mami will Feierabend machen. Also, eigentlich nicht, aber... Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Wrrrrrzig. Wrrrrrrrzig. Wrrrrrrrrrzig. Was ist eigentlich dahinten? Kann ich da hin? Äh, weiß ich. Kann ich. Kann ich. Und ne Schaukel. Sandrutsche. Sandkasten. Aua. Oh, ich bin nicht alt. Mein Rücken. Oh, minus 10k hab ich gemacht. Schön. Wenn du nicht irgendwelche Menschen umfährst. Das war nur dreimal insgesamt. Wie viel hast du schon insgesamt gekehlt? Stimmt schon 5, 6, 7. 7 nicht. Insgesamt? Naja. So viel hab ich tatsächlich gar nicht umgebracht. Aber, aber das viel Schlimmere ist ja, wenn man einfach einen Rollstuhlfahrer im Bus ver- und dann einfach in die Garage fährt und sich wundert, warum man sich, warum man dann die Fahrt nicht abschließen kann. Du hast ihn einfach doch stehen lassen. Das ist viel schlimmer. Oder, oder, oder Iron, die einfach einen Rollstuhlfahrer killt. Das würde ich auch nicht sagen. Das ist viel, viel schlimmer, als ich, der den Rollstuhlfahrer jetzt noch ein bisschen vor die Tür bringt. Auch wenn es nicht deine Tür war. Aber das ist ja egal. Er war im Trockenen. Weißt du, er musste sogar aus der Garage noch rausfahren, bis vor die Tür. Hahaha. Aber er war in Sicherheit. Vor Wind und Wetter. Äh. Und er war, wollte ja fast seine Endstation raus. Also ich hab ihn noch nicht mehr weiter mitgenommen, als er wollte. Es war eingeloggt. Nein. Wollte er aber auch woanders raus, du hast ihn einfach die ganze Zeit vergessen. Nein. Es war eine, eine Hitzestelle vor Ende. Eine. Eine Wie? Weiß ich noch ganz genau. Ach, wir haben die Aufgabe übrigens geschafft, ne. Ach, schön. Das freut mich. Ich bin gerade erschrocken, ey. Ich hab noch zwei alte Stellen. Ich bände noch mehrere Fahrkarten. Oh, da haben wir ja meine Fahrkarten. was für ein faux pas kann das dann passieren die fachkarte kaufen wollte sie ihre den keiner gewandt was hier passieren kann habe ich gleich wieder weitergucke ich kann auch einfach final weiterspielen und ich frage ein freund echt und was gibt es so an ja ich könnte jetzt auch einfach weiter streamer ist einfach feine fände sie ja da guck ich dir mal dazu wenn ich meinen mutflichten nach bock ich kann unterwegs nicht tatsächlich kein stream ich müsste mein halbes obs wieder umstellen dann funktioniert der playstation kann ich kann es nicht einfach auch mit den wie heißen hier noch mal mit das zinsen noch und so was machen bei feine musste ich irgendwas mit den encoder umstellen damit das flüssig läuft und seitdem läuft playstation aber irgendwie nicht mehr und ich weiß nicht mehr was dass ich eingestellt war das kann man aber glaube ich also mit den encoder kannst du das auch einstellen das habe ich zum beispiel ich habe ja einmal für aufnahmen da habe ich einen anderen encoder als ich für stream benutze und da habe ich oben warte mal ja ist das bei profil und zehn sammlung und so richtet einfach ein neues profil und plus eine neue szenen ein und gut muss dann zwar alles noch mal einstellen aber kannst du das mal sie ja einfach dann von dem einem rüber gucken was beim anderen brauchst du kannst du einfach den encoder einstellen ohne dass du es dann immer wieder wechseln muss ja müssen wir mal gucken kann ich dir sonst mal in einer in einer ruhigen minute mal weil wie gesagt ich habe ja auch zwei code beziehungsweise wenn ich streame ich weiß gar nicht entlastet ich glaube ich meine grafikkarte und wenn ich aufnehmen glaube ich meine cpu oder umgekehrt ich weiß gerade nicht habe ich zum beispiel auch eingestellt ist gar nicht mehr jung wäre wenn man halt zumindest einmal gemacht hat für map habe ich das ja auch gemacht also beziehungsweise wie gesagt wie das ungefähr funktioniert deswegen ich glaube ich habe drei oder vier verschiedene zehn sammlungen plus profile ich glaube zwei tests und dann halt ja genau hier sind und einmal für aufnahme und einmal für stream ganz praktisch bei ob es nicht so pünktlich sind tschüss beehren sie uns bald wieder bewerten das mit fünf stern was ja wir sind der fünf sterne bus oder nicht ich dachte sieben sterne bus wo ich habe sogar plus gemacht wenn dann der 31 ich hab plus gemacht hören sie auf mich zu zu texten das wird ja beim nächsten mal schön neue haltestellen wir kommen voran wir kommen voran 12 10 10 14 wir sind zwar nicht so weit wie bei einem anderen spiel schon aber wenn wir da freue ich mich schon auf das die ziehen ich hatte mal so eine mod drin der von dem gelenk bus wenn du mit dem wogegen gefahren bist und waren das glaube ich wie alleine dieser eine schade also dieser eine gegenstoß irgendwie schon neun nämlich neun tausend ich glaube es waren 30.000 oder so da wenn du gegen in die ecke gefahren bist ja 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 papplapoop papplapoop hoche 33 so schlecht war die woche und fülle 101 bei dir und 105 oder 20 121 bei mir ja bei der 127 da haben wir gleich viel schwarz wir haben insgesamt drei straftitel für rasen bekommen ich habe keine bekommen weil ich habe bei mir ein tempomat an kein tempomat ja dann fährst du nie das fährst du nie schneller als du das dass du fahren darfst das ist ja langweilig ja genau und hier über rot gefahren bist du im übrigen fast 19 oder 18 mal und ich nicht so oft wir haben insgesamt 131 und fährt halt das mit uns aber gesamten kommen 1,7 millionen ja gut ne es wird es wird insgesamt gefahrene zeit 18 eineinhalb stunden ich bin schön ach ja ich bin ja ich bin beenden ein ja du 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 Bis zum nächsten Mal.